Leute und willkommen zurück zu Borderlands 2, das Let's Play Together mit mir, den Raptors, und dem netten Smoky. Hallo! Ja, und den anderen verrückten Karnes. Hallo! Dem netten Smoky und dem verrückten Karnes, toll. Ja, so bin ich. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja, ich guck jetzt mal, ich hab jetzt nämlich... Ich kann eh nur eine Sache skinnen, oder? Ja, wir haben jetzt nämlich da... Ich hab einen Skillpunkt bekommen. Schön, dass du so ein Fragenzeichen vor der Fresse hast, während du da reinguckst. Ja, ne? So ein großes Fragezeichen. Was mach ich denn jetzt? Ich find's ja gar wunderschön, das ist mir grad so aufgefallen. Auf Smoky's am Helm ist das Gearbox-Zeichen oben. Was ist das? Unten am Kinn haben sich die Entwickler ein bisschen reingebracht. Tja, siehst du mal. Ich bin famous. Wieso, wie kann ich jetzt meine Spezialfähigkeit einsetzen? Mit F. Also standardmäßig ist es auf F. Wow! Wow, wow, wow! Guck mal, das Ninja! Smoky ist jetzt unsichtbar und er hat so einen Ebenbildschatz. Haar und rechts neben dir war ein Nebenbild. Okay. Kupo, da ist ein Ninja. Ja, da stand ein Ninja. Ja, er wirft ein Abbild von sich. Jetzt rast du da völlig aus, ey. Na los, du Lusche. Oh, nee, kein Einen. Na los, du Lusche, komm, du bist herausgefordert, komm. Komm, du Dusche, komm, 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 du musst mich einmal anhauen, 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 komm jetzt, komm, 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 hä, kann derzeit keine Duell-Herausforderung annehmen, Bukis Herausforderung ist nicht länger gültig, kann derzeit keine Duell-Herausforderung annehmen, wow, toll, siehst du, Gott will nicht, dass das passiert, nee, Arme Ninja, Guck mal, Ninja, wo ist mein Ninja, wow, der steht da oben, der steht da oben und schlägt um sich, ja, good fucking job, realistisch und so, ja, macht voll Sinn, und so, voll gut und so, jetzt haben wir alle und so gesagt, können wir ja weitergehen, oder? Und so, da ist ne Kiste, mit Geld, 2 Dollar, uh, wir sind reich, so, und nach dem nächsten Gegner hab ich dann auch endlich mal mein Leben ab, oh, es sagt schon ne ganze Zeit, verteidige Kletcher, ups, ja, ja, wir haben ja keine Zeit gehabt, renne, das stirbte nicht, das ist so ein Vorteil, ja, das ging mir auch so, so, jetzt bin ich mal ganz dreist und skill, einfach jetzt, während wir kämpfen, da kommst du auch früh drauf, dass das skill nicht, also, und ich habe ja immer noch einen der schönsten Skills, boom, oh, Bruder, fliege, was, ah, der skill, ja, der ist gut, ich geh jetzt mal aufs Maul hauen da unten, öffne deine Adern, okay, was? ja, irgendjemand hat da gerade gebrüllt, öffne deine Adern, was denn jetzt, wo ist denn hier mein Gegner? du hast dich schon getötet, war nur der eine, oder was? oh, unser Ding ist tot, unser Karnis? unser Karnis, ach, das gehört so, wo ist denn wer da ist wer? na, hat sich selber hochgeholfen, ich hätte wieder Munition für die Waffe? 18 Schuss hab ich für die Waffe, ich wollte Munition, ich wollte mich eigentlich verarschen, ich stehe die ganze Zeit da drüben, wollte mich eigentlich verarschen, ich brauche Munition, oh, oh, meine Kiste, meine Kiste, nee, ich will die Kiste, ich brauche Munition, da oben ist eine normale Kiste, und da ist noch eine Waffenkiste drüben, ja, ich habe irgendeine Waffe gerade gekriegt, das ist einfach eine random Waffe, die runterfliegt, warum hast du denn, ih, guck mal deinen Arsch aus, das ist eine Schildkiste, mit, ich habe eine Schildkiste gefunden, hallo, hi, direkt mal das Schild ausrüsten, würde ich mal sagen, nö, will ich nicht, nö, willst du nicht, kein neues Schild, nö, ich glaube, Karnis hat das bessere, ich nehme eins mit zum verkaufen, mein Schild hat 149, mein Schild hat 162, das hat hier 154 noch, Karnis, das habe ich liegen lassen, meins ist besser, oh, Karnis hat es auch endlich hoch geschafft, was machen wir da oben eigentlich, gehen wir jetzt wieder runter, das ist toll, wir gehen jetzt darüber, über die Brücke müssen wir irgendwie runterlassen, wir müssen jetzt der Claptrap helfen, Claptrap, Claptrap lässt die Claptrap runter, Claptrap, und jetzt kommen Gegner Massen, Oh, da unten ist ein Bossfight, ne, ne, da ist noch kein Bossfight, sowas ist immer meistens Bossfight-Area, ne, da geht es einfach nur steil runter, das ist ein Aufzug hier, einfach nur Krieg hier, einfach nur Krieg, ja, Bossfight, achso, der Bossfight, die ist ja auch noch da, ja, Explosionen, wer braucht ein Meer, Explosionen, Geil, und his brother, his brother, Broom, na super, Wusterzwerg, 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 den will ich jetzt bitte, das wird dir nicht gefallen, oh, ich darf eh hin, nein, nein, da mit dem Schießen, da ist so ein Problem danach, der schießt mehr auf uns, ja, ich bin tot, ich würde nicht so, genau an die große Waffe rangehen, ja, ich bin dauerlich, da ist der Broom, der schießt auf mich, da liegen aber nur Waffen in den Kisten, ich will keine Waffen haben, genau Kisten, der Metsch, da sitzt auch auch noch auf der Dicke, Werther, ey, ja, ich bin dauernd, wo sind nicht, das wollen doch normalerweise auch die ganze Zeit so andere Gegner, wo sind die jetzt, ich komme wieder, Alter, ich bin auch tot, Munition benötigt, betrachten sie den Tod nicht als Versagen, ah ja, ich sehe vor allem nix, der schießt mich mit der dicken Bertha da ab, Raptors, hilf mir, komme, ich komme, haltet durch, RAPTOR, nein, die sterben, blöd, ich bin schon tot, sterben ist ungesund, ja super, jetzt bin ich wieder alleine hier, oh, ich komme gleich, ich bin auch, ich bin auch gerade am Neusten, au, au, ich bin schon da, ich bin schon da, ja, das ist die große Kanone, der schießt auch, groß und die kleine schießt, der kleine kann mich doch, ja, jetzt bin ich dauernd, meinst du, bist du, da ist er, da ist er, da ist er, Emmett, er macht Schaden, aber ist ja kein Bossfall, oh, Granate, noch eine, hier fliegt alles in die fucking Luft, gib ihm, gib ihm, gleich ist er down, ja, gleich ist er down, ja, ist down, 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 ja, ist down, ist der Energie irgendwo liegen, ich kümmere mich gerade um die dicke Bärter, hier sind Granaten, die wirft mir Granaten, verdammt, okay, um das Zeug, was hier rumliegt, kümmern wir uns später, okay, jetzt hat er Psyche es fallen lassen, hallo, fallen lassen, oh, ich hab wieder so Raketengranaten, ich kümmere mich schnell mal um die dicke Bärter hier, ihr kümmern, ihr lenkt ihn ab, und ich schieß einfach drauf, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, ihr Boom ist aus dem Ding raus, ja, 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 ist auch gut, dass er da raus ist, wo ist er denn, wo ist er denn, ich bin down direkt vor mir, ähm, also, man holt, man macht ja gar keinen Schaden, irgendeiner hat ihn eingefroren, kann er sein, das bin ich, hast du das nett von dir, da fressen meine Silvestergranaten, die genau kei-, oh, fuck that, aah, der Boom macht Boom, ach ehrlich, mein Klon, äh, lenkt ihn gerade ab, gib ihm, tschüss, immer mitten in die Fresse rein, oh shit, oh, oh, Psyco, Psyco, wo ist der Psyco hin, da ist der Psyco, keine Munition mehr, geh dem Psyco, geh dem Psyco, keine Munition mehr, ja, ich bin gerade dabei, wo ist jetzt Boom, komm her, Boom, wo ist er denn, da ist er, wo ist er, so, da hau ich auf ihn drauf, da ist er down, geht da down, da ist er down, voll krass gedowned, äh, wie bist du denn da, Psyco, verpiss dich, warte, Siegesraketen, oh, Feuerwerk, für den Granaten-Mod, weil meiner ist scheiße, weißt du, mein scheiß Granaten-Mod mit den Raketen, mit den, mit dem Feuerwerk ist sogar grau, äh, blau meine ich, was habe ich jetzt für einen Granaten-Mod, was ist, er macht seine Brun, ne Brun, die war halb, meins, 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 ja, nein, Was? Hehehehe. Nö. Naja. Was ist mit dem Ding? Schieß den Claptrap weg, Mann. Schieß den Kerr weg. Was? Ich hör dich nicht. Karnis, schieß den Claptrap weg. Ich hör dich nicht. Was? Jetzt schieß doch. Wenn du nicht zuhörst, dann sag ich, so etwas wie... Los, schieß mit der Kanone auf das Tor! Schau, schieß! Aber das war noch ein Test. Du hast nicht geschossen, als ich es sagte. Und es war gut so. Los, schieß mit der Kanone auf das Tor! Er hat's gesagt. Hallo! Was ist da los mit euch, ey? Ach, keine Sorge. Wir haben WM Karnis mit der dicken Werte. Wir haben hier sowas. Burn, motherfucker. Burn, motherfucker. Burn. Searching, haue dir gleich eins auf die Plunze. Hast du doch mal sterben gehen? Danke. Du auch, bitte. Alter, was ist das? Was ist das von uns? Nein, das noch eine. Er lebt ja noch. Ich bin aufmerksam. Dann kommt noch so einen Schott-Ganswerge. Ganzwerge, hm, für mich. jetzt habt ihr alle für mich damit strahler wer wirft ihn hier mit so dass ich er sitzt an der dicken bertha du blöde ja aber er kann doch nicht als auf uns ballern klar ich habe ein skipppunkt ich habe das ein bisschen was kaputtgekommen was will ich denn ich will hier nicht raus ich würde es mitnehmen hinter nachkampf schaden erhöhen doppelte erfahrungspunkte maximale gesundheit und schild ladeverzugung wird erhöht okay die gebärter cool mit dir action skill arbeiten drücker f während der täuschtung tief ist um eine handvoll kunai zu werfen jedes kunai wird mit der zufälligen explodieren das hört sich cool an naja ich nehme ich nehme schleuer liegt noch was grünes besser als meine schlechter als meine aber es ist grün oh oh schlechter und weiss da ist ein drache ja drache ja aber kein echter nee aber trotzdem spuckt der feuer der drache ist cool ach komm zusammen öffnen munition das ist nicht was ich suche 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 oh nö oh no rex hier ach der kleine da schießt auch auf die rex ich kann sagen was schießt denn da oh die schutzzwerge meine skills sind trefflich aber da ist hier alles wer das ist ein plus 1 fuck yeah ich bin dann auch mal da gleich mal hochsgehen oh ich hab nicht genug wer das toten was ist denn da einständige knarre irgendwie da ist irgendwo ein rack das sind zwei ricks aua das ist eigentlich cool ich will auch so ein ding wo ist denn der rack der rack der rach der rach der sack sack bordeaux und tschüss und tschüss geh weg verpiss dich keiner mag dich ich möchte auch so fern Alter da dreht sich ein riesenfisch guck mal Alter ich trifte jetzt nicht meine herren stell dir mal vor ihr habt so ein haus was für ein haus na da oben so ein drachendingen so ein drachenschiff haus ja ja sowas will ich haben ich auch was schießt denn da schon wieder auf mich oh man ey alle weil die dich alle mega lieb haben ich glaub es echt ist schnauze da hinten wow er hat die granate oben gegen die tafel geworfen was schießt denn da oben noch einer ey brenne ich werde nicht ooooh bam Spooky ey werde es Rang 5 alter ooooh ooooh Auaa auaa was ist denn da ich habe mich nicht zuvonen ich hab mich nicht zuvonen ich geh die mal ablenken ne oh yeah ich brauche eine andere waffe man ist irgendwie gülle jetzt mal da rein du blöder arsch da hinten wenn er wieder blieb kurz darauf kommt schon die granate schreien die denn alle so ich wechsle mal kurz auf meine meine schnipa 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 zufälliger ich mache gerade ein lager für mich alleine hier weg mit das nachhaltig was geht mit dir denn kleiner zu rennt einer woanders sehen hier Moki konnte der Heizberg noch einer hier oben ist ne Kiste ja da kommt man von oben hin hier hinten ist auch noch ne Kiste Smokey wo hier follow de Frau follow de Frau ist niemals ne gute Idee oh oh hätte ich was für mich da liegt noch ne Shotgun ja bringt mir nix das sind eher was für Frank genau ist da was für mich da ist ne Schrottgun ne Schrottgun ist da ne Schrottgun wusste ich die Schrottgun da hinten in dem Check für meine naja die Schrottgun ich hab das Lager alleine aufgeräumt hey Skillpunkt hab ich keinen aber ich hab ne neue Waffe aufgehoben da ist ne Klo oh my fucking god da ist ne OP Schrotflinte da ist ne OP Schrotflinte wo bist du denn ach da ist er oh und ne neue Raketenwerfer Maschinenpistole und da ist ne Schrottflinte mit 16 x 10 Schaden die nehm ich wo ist die hier bei mir beim Klo komm Klo komm zum Klo komm zum Klo hier sinds übrigens noch zwei Medikits Frank und Smokey wo hier eins hat Frank jetzt schon aufgehoben hier ist das zweite ah danke hier erstmal irgendwas wegwerfen oh Waffen da liegen überall Waffen ey heirate Scheiße überall sind hier Waffen ich raste aus in den Borderlands was erwartest du ja ne da wirf dir ne grüne Waffe weg ja ich hab die weggeworfen ich kann mal verkaufen ja aber mein Inventar ist voll wirf die weißen Waffen weg das wär ne Idee ja die weißen bringen weniger Geld als die grünen krabbisch fucking Schrott flinte Mookie ballert sich schon mit durch den Weg ah der Automat ist über mir I'm a ninja I'm gonna kill ya I'm an under ninja oh da ist ein badass da ist ein badass oh mein fucking gott ich bin tot 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 oh mein fucking gott Frank ist tot ja komm schon du bist ein badass und ich meinte ich hau den an brauchst du nicht alles gut illa marauder wo ist der badass jetzt hallo badass ja in den Kopf 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 ach der ist ein Automat eh gleich zum verkaufen gut wo 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 ist ein Automat hier sogar ein Heilautomat und dafür lassen wir euch leben hier gibt's wieder Waffen ich hab ne Waffenkisse gefunden aber nicht keine besonderen Waffen dabei die kann jetzt schon weg die kann weg und der kann weg die kann da bleiben oh ich hab grad eine Waffe ins Wasser geworfen ups Pfff was ist denn dieses Maschinengewehr Atemmatte schlechter Tischschilder schlechter Tischschilder schlechter ok oh ja wir haben alle Waffen Slots jetzt oder wie ah ne nein wir haben immer noch nur zwei hm wie geht man die denn frei ähm die kommen wir kommen bei nem Laufwürde das Spiel ist frei also die werden nach und nach freigeschalten du hast du so ein komisches chinesisches Zeichen vor der Fresse man chinesisches Zeichen chinkau hongkau ni hai ni hai ich fahr mit dem Boot und mal ein bisschen Geld für uns du ein Dollar Waffenautomat aber Waffenautomat ist da keiner hm äh schlechter Waffenautomat ist keiner aber normaler Automat halt aber jetzt ist ja auch schon wieder die Zeit rum dann müssen wir uns wieder im nächsten Part ne cool ich spring diesmal nicht ins Wasser tschüss tschüss